... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befeil! Der Angriff Steiner, das war ein Befeil! Wer schickt Sie? Das war ein Befeil, das war ein Befeil zu widersetzen! Oh mein Gott, ist das einfach gekommen! Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das terrestige Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge? Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das geschmolzenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmale Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigem Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von denen alle höheren Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem einfachen Ahnung, wenn Sie verraten und betrogen waren! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!